Hallo bei Incap Your Pen. Heute möchte ich euch einen weiteren Vintage Füllfederhalter vorstellen und zwar einen Golden Star Closonne. So habe ich ihn mir hier über eBay Kleinanzeigen kommen lassen. Ich wusste auch erst gar nicht um was es sich da handelt, weil das war auf den Fotos nicht so genau zu erkennen und als ich ihn dann da hatte und ein bisschen nachgeforscht habe, habe ich mir entschieden euch den auch mal vorzustellen. Wie immer werde ich euch ein bisschen was zu der Firma Golden Star sagen, in diesem Fall natürlich und werde ich den Füllfederhalter beschreiben, dann machen wir Maße und Gewicht, dann machen wir eine Schreibprobe, dann sage ich euch was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Golden Star Closonne und zum Schluss sage ich euch ob ich ihn mir wieder kaufen würde und wo ihr ihn vielleicht noch finden könntet. Dann bis gleich. So sieht er aus, der Golden Star Closonne. Also bei Golden Star, da musste ich auch erst mal so ein bisschen recherchieren. Ich konnte auch mit der Abkürzung, die ihr hier schon seht, GSP hier auf dem Clip, konnte ich auch nicht so viel anfangen und habe dann mal recherchiert. Also Golden Star ist eine Firma, die 1932 in Shanghai gegründet wurde von drei koreanischen Brüdern und diese drei Brüder haben dann angefangen Füllfederhalter herzustellen und das haben sie so gemacht bis in die 60er Jahre und dann angeblich, aber das ist auch nur aus dem Netz, da habe ich keine weitere Bestätigung dazu gefunden, da soll es so gewesen sein, dass die danach ab 1960 Fernsehgeräte produziert haben. Also kann ich jetzt nicht dazu sagen, ob das wirklich so war oder das ist zumindest nur die Information, man findet recht wenig zu Golden Star im Netz. Das ist das, was ich gefunden habe. Ja, dann seht ihr hier, wie gesagt, Closonne, das beschreibt also die Technik dieses, ich sage mal, dieses Aufbringens hier, dieses Musters. Also ihr seht hier so ein Bambusmuster mit Blüten, sieht sehr schön aus. Hier seht ihr auch nochmal Blüten an der Kappe und hier am Schaftende. Ein sehr schönes Muster und das ist die Closonne-Technik. Da geht es um folgendes, das ist eine alte chinesische Technik, da wird auf einem Metallkörper, das dürfte hier Messing sein, da werden, ich sage mal, wie so Metallstreifen aufgebracht, so kleine Stege. Das sind dann hier diese, diese sieht aus wie Wolken, sage ich mal, diese Metallstücke, die ihr hier seht. Und bei dieser Technik, nachdem diese Stege aufgebracht werden, dann werden die Felder gefüllt, also hier mit Weiß, hier mit Grün, sodass also dieses Muster hier entsteht oder hier dieses leichte Goldbraun in der Verästelung. Und die werden dann mit Emile gefüllt, beziehungsweise da, die werden dann gefüllt und dann wird es bei 800 Grad gebrannt, sodass da Emile entsteht. Also eine sehr aufwendige Herangehensweise. Und ich finde, der Füllfederhalter, was ich so gefunden habe, muss wohl aus den 60er Jahren sein. Auch hier, wenn ihr seht, dieser Vogel hier oben ist auch sehr schön gelungen. Muss aus den 60er Jahren sein. Also es dürfte sich dann, wenn diese, diese Informationen, die ich aus dem Internet gefunden habe, wenn die stimmen, dann dürfte sich so um eines der letzten Stücke handeln. Ganze kam hier in dieser Kiste. Ich will sie auch noch mal zeigen. Ist jetzt unspektakulär, ist hier festgemacht. So habe ich sie bekommen. Ich habe sie über eBay Kleinanzeigen gekauft, habe den Füll über eBay Kleinanzeigen gekauft. Und in der Kiste ist er gewesen. Ja, soviel zu dieser Technik, die ich ganz bemerkenswert finde. Die hatte ich vorher noch nie gesehen. Und dann gehen wir doch einfach mal auf den Füllfederhalter ein. Es ist hier eine Kappe, die ist zum Stecken. Die sitzt aber sehr gut und hat auch wie so einen kleinen Widerstand nochmal. Also die löst sich auch nicht von alleine. Ja, die Kappe in dieser Klossonet-Technik gemacht. Mit einem absolut, mal gucken, ob man das hier so sehen kann, absolut funktionalen Clip. Also wirklich sehr gut gemacht. Hier auch mit dem GSP. Das heißt Golden Star Pen. Das ist die Abkürzung dafür. Und ja, hier seht ihr schon, ist ein Messing. Ist auch recht schwer, die Kappe. Und ja, sieht sehr gut aus. Ich habe den also nur kurz gereinigt, als ich ihn bekommen habe. Mal eingelegt, dass die alte Tinte sich löst. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Auch hier oben mit dem Abschluss. Hier haben wir nochmal so einen Abschluss, goldenen Abschlussring. Mit dieser Blüte da oben drauf. Also wirklich sehr gelungen. Fühlt sich auch sehr wertig an. Es liegt angenehm in der Hand. Und ich finde, diese Muster finde ich schon sehr aufwendig gestaltet. Gefällt mir sehr gut. Man bedenkt, dass die einzelnen Felder da gefüllt werden mussten, damit man immer die gleiche oder damit die Farben sich da nicht vermischen. Und das ist schon eine sehr aufwendige Sache. Ja, soviel zur Kappe. Dann kommen wir hier zum Griffstück. Das Griffstück ist aus Kunststoff. Das verjüngt sich nach unten so ein bisschen. Ist sehr griffig, muss ich sagen. Sehr angenehm. Liegt sehr angenehm in der Hand. Auch von der Größe, ihr seht es hier, der Füllfederhalter hat eine vernünftige Größe. So, dass er gut in meiner recht großen Hand doch liegt. Ja, auf der Feder seht ihr das auch nochmal. GS für Golden Star. Feder erinnert so ein bisschen an Lami-Feder, finde ich. Tintenleiter erinnert auch so ein bisschen an Lami. Hat keine Lamellen. Also, ja, ich weiß nicht, ob das Anlehnungen an Lami sind. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil 1960, da hatte Lami auch die eigene Patrone ja noch gar nicht so entwickelt. Und das kam ja alles viel, viel später. Also ich glaube nicht, dass es jetzt hier ein Klon ist, eine Lami-Feder. Die ist auch anders befestigt, aber ich glaube auch nicht, dass die Idee da dahinter steckt. Dann schrauben wir mal auf. Findet ihr hier einen Quetschkonverter. Will ich jetzt nicht betätigen. Ich habe ihn nämlich schon mit Tinte befüllt. Ich habe mich hier für Visconti Sepia entschieden. Ich finde, das passt zu diesem Pflanzenmuster ganz gut. Hier sind noch so ein paar chinesische Zeichen drauf. Ich schätze mal, das ist der Stern aus der chinesischen Flagge. Ja, kann man jetzt wenig zu sagen. Hat sich leicht befüllen lassen. Ist auch dicht. Habe da keine Probleme mit gehabt. Dann ist hier ein Kunststoffgewinde. Hier ist auch ein Kunststoffgewinde. Der Schaft ist innen ausgekleidet mit Kunststoff. Das hat auch seit 1960 gehalten. Warum jetzt nicht weiter, muss man dann sagen. Ja, der ist auch sehr schön gestaltet hier, der Schaft. Abschlusszieherring oben nochmal mit dieser Blüte hier. Hier unten haben wir nochmal einen goldenen Abschlusszieherring. Also das passt alles sehr, sehr gut zusammen, finde ich. Das wirkt toll. Und dann schrauben wir mal wieder zusammen. Ich habe den im Internet in ganz verschiedenen Farben gesehen. In Rot, in Blau. In Weiß habe ich nicht nochmal gefunden. Aber in ganz vielen anderen Farben so, dass ihr euch da auch mal umschauen könntet, wenn ihr euch dafür interessiert, für einen Golden Star in Closonnee Technik. Dann findet ihr da bestimmt noch, ich sage mal, interessante Stücke. Aber da kommen wir zum Schluss dazu. Okay, dann machen wir gleich weiter mit Maßen und mit dem Gewicht. Der Füllfederhalter, ich habe euch ja gesagt, ich habe ihn schon mit Tinte befüllt. Und inklusive dieses Quetschkonverters wiegt der Füllfederhalter 36,2 Gramm. Was nicht funktioniert, ist Kappe aufstecken. Da habe ich festgestellt, das kann man hier nicht machen. Also es hält nicht wirklich. Man kann es so leicht aufstecken, aber das funktioniert nicht. Daher entfällt das, die Maßeinheiten mit aufgesteckter Kappe. Aber so wie ich ihn jetzt hier in der Hand halte, misst er 12,1 Zentimeter. Und damit liegt er auch gut in der Hand, ihr seht es hier so ein bisschen. Und wenn ich ihn im geschlossenen Zustand messe, dann bringt er 14,1 Zentimeter aufs Maßband. Okay, so viel dazu. Und dann machen wir als nächstes den Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben hier vor uns den Golden Star Closonet. Die Feder dürfte eine feine Feder sein. Fein bis mittlere vielleicht. Also schreibt sich schon mal sehr angenehm. Die Tinte ist Visconti Sepia. Und das Papier ist wie immer Clare Fontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt wie immer hören, wie der Stift hier über das Papier gleitet. Also sehr angenehm, leichtes Feedback, sehr angenehmes Feedback von der Feder. Finde, da gibt es keine Aussetzer. Ihr hört es, das leichte Schreibgeräusch finde ich für die Feder sehr, sehr angenehm. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt haben wir einen Moment offen gelassen. Jetzt gucken wir mal, ob er gleich wieder da ist und anschreibt. Und dann probieren wir gleich schnelles Schreiben. Ja, er ist sofort da. Ja, ihr seht, auch damit hat er keine Probleme. Hier können wir die Buchstaben noch zu Ende schreiben. Ja, das geht auch gut. Dann gucken wir mal, ob wir ein bisschen Variationen hineinbekommen in die Feder. Ja, eher nicht. Die Feder ist doch relativ, relativ starr. Schauen wir uns nochmal einen Tintenfluss an. Ja, der ist völlig in Ordnung. Und das hat ja auch das schnelle Schreiben und das Kurze offen lassen gezeigt, dass es mit dem Tintenfluss hier kein Problem gibt. Dann machen wir nochmal verkehrt herumschreiben. Also, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Hätte ich nicht erwartet. Die Tinte wirkt ein bisschen heller. Ich weiß nicht, ob man das hier auf dem Video so richtig gut sehen kann. Es wirkt ein bisschen weniger Tintenfluss. Also, das Braun wirkt ein bisschen heller. Und ansonsten, muss ich sagen, könnte ich da noch eine Weile so weiterschreiben. Es ist nicht störend. Es ist nicht unangenehm. Die Feder klingt nicht komisch. Ihr habt es selber gehört. Also, kann man wirklich auch zum Verkehrterumschreiben benutzen. Ja, dann wäre das der Schreibtest. Und dann kommen wir als nächstes dazu, dass ich euch sage, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt am Golden Star Closonne. Was gefällt mir gut, was gefällt mir weniger gut am Golden Star Closonne? Ich zeige ihn euch hier nochmal. Hier seht ihr ihn. Also, gut gefällt mir die aufwendige Herstellung. Ich habe euch gesagt, diese Closonne-Technik, die wird ja nicht nur bei Füllfederhaltern angewendet. Die findet ihr bei Vasen und bei Schmuckstücken. Also, das ist eine sehr, sehr aufwendige Technik. Insofern hier, dieser Füllfederhalter, schon ein edles Stück und nicht mit dem Billig-Füllfederhaltern, die jetzt nicht schlecht sein müssen, aber einfach kostengünstiger natürlich auch hergestellt werden als dieses Stück hier. Das hat mir gut gefallen. Er liegt super in der Hand. Ihr seht es hier nochmal. Kommt mit meiner Hand auch super klar. Also, passt alles. Da kann man auch nichts sagen. Es ist ein angenehmes Schreibgefühl. Ihr konntet es selber hören. Das ist sehr, sehr gut. Die Feder mit einem leichten Feedback. Mir gefällt auch, dass sie nicht ganz so schmal ist. Ich würde sagen, so im oberen F, unteren M-Bereich würde ich sie ansiedeln. Das finde ich alles sehr, sehr angenehm. Was gefällt mir weniger? Habe ich nichts gefunden. Ich finde es nur schade, dass es die Firma anscheinend nicht mehr gibt. Jedenfalls nicht mehr mit solchen qualitativ hochwertigen Füllfederhaltern. Und da kommen wir auch zum Punkt, wenn ihr euch jetzt so einen Füllfederhalter besorgen wollt, dann findet ihr im Internet an der einen oder anderen Stelle noch etwas. Ich habe ihn über eBay Kleinanzeigen gekauft. Sehr günstig habe ich ihn da bekommen. Aber ich muss euch auch dazu sagen, da wusste ich gar nicht, was es ist. Und da war das auch auf dem Foto gar nicht so zu erkennen. Das wurde auch überhaupt nicht beschrieben. Insofern ist das, glaube ich, nicht vergleichbar. Vergleichbar ist ein Preis, den ich gefunden habe, inklusive Versand. Der liegt schon ein paar Jahre zurück. Der lag so um die 70 Euro, also in US-Dollar umgerechnet. Das ist, glaube ich, ein realistischer Preis mit auch entsprechender Beschreibung, um was es sich da handelt von dieser Firma Golden Star. Das, denke ich, müsst ihr da ausgeben. Da denke ich mal, international bei eBay USA wird ihr da fündig. Aber ihr könnt natürlich auch probieren, hier über eBay Kleinanzeigen oder eBay in Deutschland hier nochmal zu schauen, ob ihr da vielleicht auch einen Füllfederhalter findet. Ja, wenn ihr so einen Füllfederhalter habt, würde es mich natürlich sehr interessieren, weil, wie gesagt, diesen Inweis habe ich so nicht noch ein zweites Mal gefunden, auch im Netz nicht, nicht mit Bildern. Den gibt es in Blau, in Rot, da habe ich ihn gesehen. Aber würde mich natürlich auch interessieren, wenn ihr so einen habt, welche Erfahrungen ihr da mitgemacht habt und ob ihr genauso begeistert seid wie ich, weil ich würde mir auf jeden Fall wiederholen den Golden Star Closonne. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.